Wir wollen natürlich versuchen, auch drei Punkte mitzunehmen. Wir müssen uns aber bewusst sein, dass uns eine Warte gegen wir bevorsteht. Wir müssen uns überlegen, dass wir drei Punkte mitzunehmen. Wir wissen, dass wir die Einladung haben. Wir müssen uns überlegen, dass wir drei Punkte mitzunehmen. Und das wird versuchen, heute zu machen, ob wir die Möbbarkeit und die Möbbarkeit zu machen. Natürlich, die Möbbarkeit zu machen, wie gesagt hat. Wir versuchen, die Veranstaltungen zu machen, und wir versuchen, die Möbbarkeit zu machen. Wir haben 3 Möbbarkeit zu machen, die wir brauchen. Denn die Möbbarkeit ist ein Teil wie andere. Wir brauchen eine Möbbarkeit, wie wir gesagt haben, die Möbbarkeit zu machen. Und es ist wirklich so, dass es mir jetzt in einem halben Jahr auch aufgefallen ist, dass wir eigentlich im Derby gegen Algerien oder vielleicht auch Tunesien spielen, dass das extrem intensiv ist. Ich glaube aber allgemein, dass die Spiele gegen Ali, wenn wir auswärts spielen, dass da jeder natürlich versucht, die Spiele, also Punkte mitzunehmen, ob sie gewinnen wollen, ob sie vielleicht mit einem Punkt zufrieden sind. Das sind wir gewohnt hier und dementsprechend ist uns eben das auch bewusst, dass das morgen ein intensives Spiel wird. Aber unsere Spieler können auch mit dem Druck umgehen. Sie können mit der Situation umgehen, dass es ein Auswärtsspiel ist, dass der Gegner mit den Zuschauern natürlich alles versuchen wird, die Punkte hier zu behalten. Und dementsprechend gilt es für uns, diese Ruhe zu bewahren und einfach auch zu wissen, was wir wollen und was wir dann den Sprechwerb umsetzen müssen. Ja, ich bin hier in der Niederlande von ungefähr Jahrzehnte. Ich hoffe, das war, dass ich mich immer noch so glücklich mit dem ZDL-Jazir-Yay und ich war auch mit dem ZDL-Jazir-Yay. Die ZDL-Jazir-Yay-Einheit war immer mit dem ZDL-Jazir-Yay oder der ZDL-Jazir-Yay. Das war auch mit dem ZDL-Jazir-Yay-Einheit, oder den ZDL-Jazir-Yay-Einheit. Das war immer mit der ZDL-Jazir-Yay-Einheit. Das war er auch sehr, 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 sehr gut und andere Werteigungsverhältnis. Das war wirklich so. Und das war, wenn du es einen ZDL-Jazir-Yay-Einheit war, dass es auch eine schwester Beweise ist. Vielen Dank. Wadwelchot ab dem Waddle-Wade alsούμε. Und so wie wir tun in Navier, unseren Weibner schon an der sollen an den Weibner und wir können uns nicht um den Waddle erwähnen. Eigentlich sind wir die Frage. Ob ich in der Glocke in der Bartei bin. Indieren können wir mal ein Waddle. Jeden in der Bartei betreffen, wenn du eine Waddlemost trfta in der Bartei war, Das war, Herr Köhler. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.